Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Dass du vertraust, dass du suchst, dass du deine Grenzen entdecken, verstehen und überwinden willst. Verstehe es als Experiment, verstehe es als Lektion, als Spiel. Es gibt keinen Zwang, es gibt keine Konsequenzen. Es gibt keinen Sieger, es wirkt kein Hauptgewinn, es gibt keine Bezahlung. Das Einzige, was dich also hier hält, ist deine eigene Neugier. Wenn deine Neugier stärker ist, sei willkommen. Wenn du Angst hast... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020